Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei Game of Thrones mit der fünften Episode. Wir sind jetzt in dieser Arena und wollen ein paar Killer engagieren. Und dazu gehen wir jetzt einfach mal hoch die Treppe. Ja. Ach du. Oh, ich habe ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Ich bin C. Entschuldigung, du hast sicher, dass du Platz für mich hast. Du hast schon ziemlich gut gefeiert. Mein Master hat mich nur gefeiert, wenn ich gewonnen habe. Ich gewonnen habe viel gewonnen. Jetzt, du musst auf die Karte von drei, um sich um und zu gehen. Oh Gott, ist das ein Riese. Oho. Machen wir mal, Kopfnuss. Ich mag diesen Riesen. Oh Gott. Hey, Abba! Kompany! Oh Gott. Oh Gott. Der hat den Namen The Beast wirklich verdient. Er ist nicht ein Pid. da muss ich allerdings denken an spartakus die erste staffel mit den höhlen mal da reingucken das ist eine frau das vorrat eine frau da unten können das sein das ist ein messer in your face ich habe das gefühl diese frau könnte uns folgen wer weiß das schon na danke ja wir brauchen euch okay my name is asha forrester i've traveled all the way from westeros i'd suggest you go back there it's not safe here for outsiders amaya please please what i had a friend once the basilisk but she died a long time ago i earned my freedom you walked out on me on all of us fighting side by side we were goddesses of the peace you have a problem with the deal with me ich glaube immer wirklich wir müssen einfach nur richtige eier zeigen das biest mark uns deswegen wer bist du wer ist das meine patience we're thin okay sind schlimm my enemies in westeros a powerful and bloodthirsty worst than your masters ever were okay i need feel the soldiers to crush them you think we sell so we don't fight other people's wars we are pit fighters artists to paint in blood that was yesterday fighting it had been closed you're all free now free to do what you want don't you see that yes we are free why would we follow another okay we don't have money for this lord why would we follow anyone ever ne reicht es ne you all excel at combat but you know nothing until you've tasted the thrill of war waves of men crushing together blood and steel nein die freuen sich doch westeros they sing of our great warriors for thousands of years amaya the way i left was terrible i know but we were friends once and could be again please set aside your anger and listen to him you want to lead pit fighters you have to earn their respect first we don't know who you are until we see you und gegen wem sollen wir jetzt kämpfen ok der beste das bies möchte ich gerne mitten dem möchte ich nicht töten ja ich wusste es er ist ein kerl naja dann wird es zeit das bieb ich glaube ich hätte das besser mit also was sollst du sein mit deinem kleinen Axt und dein ziemlich blöden Beard ich würde dich schneller überbinden um zu fack dann kämpfe danke für die Beard ja oh echt war so genial ja ja hey was soll das denn na klasse na klasse und er hat auch sein schwer benutzen war sein komisches messer schienen da gedöhnt sein das ist he's come to order us to battle like our masters did i kill no man because another orders i kill a man because it pleases me wie das ja da vorher klar ist es komischen schwer zu tanzen Okay, okay, der ist wirklich schnell Das ist Auf zu zappeln, ey Ja, ja Jawoll Jetzt ist es doch super Ach was jetzt Ja, 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 ja Das tut weh, wa? Buttons meshing, buttons meshing Und in your face, oder? Oh, ja Das hat die andere Wange festgehalten Könnte das sein? Ja, kaputt Okay Eine Keule Was hat er? Er hat Handwaffen Also Das ging Wow Zack, und jetzt In sie sich Würde ich gerade sagen Oh Gott, oh Gott Und los, weg mit dem Dieser Kampf ist krass Gefällt mir Das nervt mich echt Ja, Triangle Trotzdem versuchen zu erreichen Haben was, haben was, haben was Jawoll Äh äh, Asher, steh auf Äh, Asher, steh auf Ja, ich war es voll knapp Bum 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 Äh... Oh, geil! Oh, geil! Oh, geil! Oh, geil! Oh, geil! Oh, geil! Kriegen wir uns ne Bande von Mörder für unsere Seite? Oha... Gänsehaut! Haha... Äh... Oha... 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 Das war jetzt ein richtig geiler Moment. Das ist jetzt ein ungeiler Moment. Wiedergänger... Okay, von einem Kampf in den nächsten Kampf. Und ein Wiedergänger ist jetzt gerade nicht unbedingt sehr leicht. Das bringt nur nix, Garrett. Oh wei, oh wei, oh wei... Höchstens den Kopf ab und dann verbrennen. Nein! Und nochmal los! Oh Gott! Komm her, du ekelhafte... Was? Oh, verdammt! No, 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 no! Oh wei, oh wei... Oh wei, oh wei... Ich hab' verdammt... Ja... Oh nein! Noch so Mistvieh! Okay... Nimm, 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 nimm! Oh nein... Müssen wir uns entscheiden? So ein bisschen zu beißen? Oh, grausig! Oh, nee, ist weg! Hm... Los, zünd an! Ja, ist ein Wiedergänger, kann das sein? Ja, ist... Ich möchte ihn verbrennen! Verbrenn ihn... Oh, oh mein Gott! Und? So wie du sagst, lauft einfach... Einfach erstmal da weg! Das hoffe ich auch... Das ist krass, das ist krass! Oh, ja, erst dieser krasse Arena-Kampf... ...dann jetzt auf einmal die Wiedergänger... Huh... Was kommt jetzt mit Mira? Wer will da jetzt was von uns? Kann ja nur nichts Gutes sein... Oh, Cersei... Cersei... Äh... Äh... Nein... Wie kommt sie da drauf? Wie kommt sie da drauf? Ja... Ja... Okay... Genau... Es ist das einzige, was sie denkt... Es ist nur wichtig, was du denkst, Eure Grace... Nicht versuchen meine Zeit... Unsere Meinung ist doch egal... Okay... Wir haben das genau, was wir tun müssen... Wer weiß das... Wer weiß das... Ich hab blöde Spione... Gut... Warum würdest du so rektlos sein... ... als zu riskieren... ... für was? Es sieht alles ziemlich kasslos... Meine Familie ist noch immer sehr viel... ... zu riskieren, Eure Grace... Es war kräftig, dass ich... Deine Familie... Manchmal... ... ist das ein einfaches Lied... ... das wir uns selbst sagen... Wenn ich deine Probleme... ... mit Lord Andros... ... spielt eine Rolle... ... sie tut ja sonst auch alles... ... für ihre Familie... ... also sehen wir jetzt... ... für ihre Kinder... ... also vielleicht könnte das... ... irgendwie klappen... ... 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 Sie ist beeindruckt... Oh Gott... ... Aber jetzt sehe ich, dass es mehr zu dir gibt. Du bist eine schuldige Frau. Und vielleicht kannst du mir helfen. Deine Grace? Du bist sehr freundlich mit meinem Bruder Tyrion. Ich brauche dich mit ihm zu sprechen, bevor das Trial beginnt. Ich möchte wissen, wer will er als Begegnung auf seinem Begegnung kenne. Verstehe es für den Kronen, für den wir alle glücklich sein werden. Ich wäre auch glücklich, Deine Grace. Es wird nicht einfach sein. Tyrion... Ich spiele einfach mal ihr Spiel mal mit. Du musst deine Intentionen schlagen, sonst wird er dir nichts sagen. Du kannst mir ein sehr hilfreiches Pferd zu sein. Wahrscheinlich, dass du es dir gesagt hast. In Rückmeldung nehme ich dir vor deinem Problem mit dem Lord Andros. Danke, Deine Grace. Ich mag den Mann trotzdem. Und ich wüsste, dass jemand ihn vermisst. Also, es wäre natürlich wirklich schon gut, wenn wir da mitspielen. Wenn sie wirklich Lord Androsa tötet, dann kriegt weiter keine Armee von dem. Und das ist dann schon mal ein großer Pluspunkt für uns. Für die Forrestors. Und hier mache ich jetzt einen Cut, weil hier wurde gerade gespeichert. Trifft sich nämlich ganz gut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hättet auch bei diesem Part wieder viel Spaß. So wie ich. Und wenn ja, dann gib doch ruhig einen Daumen nach oben. Und ich stelle beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin. Macht's gut. Ich bin wirklich gut. So ist jetzt heute noch nicht cool, dass wir jetzt bei der precisik drauf gewinnen gehen